und ein moinzen zum zweiten podcast diese woche wir fangen wieder an mit ein bisschen news die noch vor dem vfb spiel gegen gladbach eingetrudelt sind und dann gehen wir zum spiel und dann halt wir zum zu weiteren news nach dem spiel und dann natürlich zum nächsten spiel gegen leverkusen ja erstmal angefangen kontext wochenzeitung wie gesagt ist alles verlinkt unten könnt euch gerne anschauen interessanter text vom christian prechtel der auch nicht unbedingt ein befürworter ist von denen die da bei uns aktuell das sagen haben da oben oder halt diejenigen die schon lange da oben sagen haben so rundum will report auf den schießt das ich glaube ich hier am meisten ein dann hier vfb die kanzleien und das geschmäckle vom kicker da kam es dann raus dass scheinbar ja der ag aufsichtsrat irgendwie bock hat die kanzlei gleis lutz zu wählen um diese datenaffäre noch weiter nach vorne zu bringen quasi halt mit den ergebnissen weiter umzugehen wo gegen vogt was hat was auch sinn macht da eben diese kanzlei gleis lutz der daimler ag sehr nahe ist noch dafür schon welche geschichten eher für sie bewertet hat deswegen wäre es natürlich was was quasi im verein gut tun würde also hier sport straf ein sport strafrechtler gesagt beim kicker es muss dem beteiligten aber gerade in der bestehenden gemengelage klar sein dass es ein geschmäckle hat wenn genau die anwälte wenn genau die anwälte bei auftrag werden die ansonsten wichtige daimler mandate bearbeiten und damit ist glaube ich zu dem thema auch alles gesagt dann hier wo ein football dort müssen topklub und sei es prinzipien bvb in stellung ja auch ja bisschen an der nase bis ein bisschen ein bisschen arg nah rangeholt irgendwie hat einfach nur gefragt quasi weiß ja gerüchte gab zum bvb nicht gesprochen mit denen aber bvb ist ein topklub so mehr 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 kam nicht was auch kam ich würde die chance dass ich in der nächsten so noch ein scott spieler auf 50 50 beziffern auch interessant ist ja durchaus einer der im sommer sehr sehr gut wechseln könnte hat aber glücklicherweise ja und frisch quasi ein vertrag bis 224 ohne ausstiegsklausel heißt da kannst du gut gut kohle mitmachen die schreiben hier von schmerzgrenze zwischen 20 und 25 millionen was quatsch ist also ich glaube unter 30 unter 35 wirst du nicht wirklich abgeben oder zumindest unter 30 nicht ist scheinbar beim bvb aber ein kandidat sollte jayden sancho wechseln worauf sich also ein bisschen vorbereiten die dortmunder dann auch sehr interessant auf der datenaffäre zeitungsvorlag weiblingen ja der landesdatenschutzbeauftragte leitet ein bußgeldverfahren gegen den vfb stuttgart ein der gute stefan bringt ist das der hier sagt die datenschutzverstöße sind erheblich und veranlassen uns dazu ein bußgeldverfahren zu eröffnen gehen wie gesagt um rund um diese datenschutzaffären rund um die berichte nun von esecon und den ganzen der ganzen aufklärung drumherum und scheinbar wie es ja die meisten schon erwartet haben und wie es ja von beginn auch irgendwie klar war war ja die grundlage also so krass dahinter gegangen wird ist da auch wirklich was dahinter da steckt was dahinter und das ist jetzt tatsächlich so tief dass es schon um bußgeldverfahren geht war ja auch ein schöner tweet dazu fuck diffamiert haken dran esecon blockiert haken dran und plötzlich kommt der datenschutzbeauftragte des landes ums eck und zerlegt sie das bußgeldverfahren ist keine gute nachricht für den vfb aber es könnte endlich dafür sorgen dass im laden mal vernünftig aufgeräumt wird das ist halt genau da ist ja auch immer reingeschickt wie gesagt ich habe da rechtlich wirklich wenig ahnung zu aber was die hier reingeschickt haben auf twitter zum beispiel war jetzt hier bei verstößen gegen die folgenden bestimmungen werden im einklang mit absatz absatz 2 geldbußen von bis zu 20 millionen euro oder im fall eines unternehmens von bis zu 4 prozent seines gesamten weltweit erzielten jahresumsatzes des vorangegangenen geschäftsjahres verhängt je nachdem welcher der beträge höher ist also das können schon richtig ja das können schon ordentlich teuer werden das können schon wirklich ordentlich teuer werden was hier auch schön ist auch ein kleiner vergleich von einer offiziellen vfb-meldung eine lückenlose aufklärung ist sowohl im interesse der vfb-mitglieder und fans als auch im eigenen interesse des vfb und dann zitat hier aus eben was war es diesmal ist die sogar zeitung von einer mauer des schweigens sprechen sie und davon dass es in der führung nicht das geringste interesse gebe mögliche verfehlungen in der vergangenheit aufzuklären weder bei in klammern heim noch bei in klammern röntgermann und auch nicht bei schraft sehr schön top einfach geil einfach geil und diese bombe wurde ja irgendwann rund um die mittagszeit vom pokalspiel gedroppt zu dem jetzt auch kommen wollen wir ja unsere pokalreise ist vorbei ist sehr schade natürlich die pokalreise ist jetzt aber vorbei wir haben 2 zu 1 gegen glattbach verloren mit einer aufstellung die man auch so wählen kann die war ja mehr oder minder so zu erwarten die da wie oder was waren die da wie dabei ja ne da habe ich keine scheiße ne da wie dabei genau der war wieder halt ein ticken unerwartet vielleicht aber ja sonst was er zu erwarten auch dass predlo im tor steht der jetzt hier vom kickerl auch eine glatte 5 bekommen hat junger vater ähm der ja auch leider dann mit zum spielentscheider wurde oder einer der spielentscheidenden szene szene hatte ähm aber gut das ist ja das typische ding vom pokalkeeper kann sich darüber streiten natürlich sehr schade für ihn wie es 2 zu 1 gefallen ist ähm bei einerseits muss ich natürlich sagen ne der stellt sich ja scheinbar in den dienst der mannschaft zweiter keeper und sowas verhält sich professionell und dann darf er halt mal ran im pokal wie es ja die meisten klubs auch machen dann verkackt er da halt zwei jahre in folge auch schon liverkusen im pokal letzte saison hat der klub also beim ersten tor auf jeden fall wo es den klub äh quasi selber ins tor schlägt nach einer ecke war es glaube ich und das zweite ist auch nicht ganz oder hat auch eine teilschuld beim zweiten gegentor gehabt und hier bei diesem zweiten gegentor auch beim ersten konnte nichts machen aber das zweite kommt da halt raus das gute alte sprichwort wenn er rauskommt muss er den ball haben hat er halt nicht weil er halt auch ausrutscht davor rutscht weg deswegen kommt er nicht recht nicht schnell genug an den ball sonst wäre vielleicht vom tempo tatsächlich auch noch vorm gegnerin spieler reingekommen rutscht aber weg und dann tendiert er halt dazu ähm dass ihn player überlupfen will was er nicht will deswegen springt er auch ne hätte er gelupft hätte ihn wahrscheinlich so gehalten deswegen was kann man ihm das auch nicht krass unterstellen ne dieses gerede von hampelmann und so weiter ne klar weil es jetzt halt scheiße aussah ähm aber mal gesehen quasi als player den ball ballkontakt hat springt er hoch weil er denkt er will ihn überchippen jeder halt vorbei und schiebt ihn rein aber angefangen hat es ja mit zweite minute wieder ein wahnsinniges silas solo unfassbar geil ein richtig geiles silas solo da hat eigentlich wirklich halt hat er ja im stream auch gesehen äh ich dachte wirklich dass er einfach ein paar schritte zu viel gemacht hat geht da vorne rein dachte jetzt schließt er endlich mal ab haken noch ein haken noch ein haken und dann schließt er ab und ist trotzdem drin alles gut gewesen generell was über das komplette spiel her wieder sehr sehr ausgeglichen sehr ähnlich wie das liga spiel gegen die gladbacher auch wenn ich sagen muss dass wir im liga spiel gegen gladbacher noch ein bisschen näher daran dran waren sie zu besiegen als als jetzt vorgestern mittlerweile wenn wir jetzt freitag meine quellen sind alles oder der stand der dinge ist bei mir quasi so freitag mittag 14 14 30 15 uhr so grob damit ihr das wieder wisst und sonst was spiel wieder komplett ausgeglichen als hätte es auch verdient gehabt in die verängerung zu gehen am ende gladbach macht kurz vor der halbzeit ähm also kurz vor der halbzeit haben wir erstmal ein abseits tor klare geschichte aber halt auch eine gute chance gewesen dann auch schon rausgespielt gewesen wäre das ding die davi jetzt gemacht nach Sosa Flanke oder Sosa scharfen Pass äh und dann halt das war einfach eiskalt von müsste glaube ich Thuram gewesen sein war eiskalt was willst du halten keine Ahnung was willst du so groß verteidigen auch keine Ahnung vielleicht noch ein bisschen ärgischer drauf aber macht den einen Schritt weg zieht direkt ab Pfosten drin was willst du denn machen und direkt nach der halbzeit halt diese Szene die die wir gerade schon angesprochen haben äh mit mit Bredloh und es 2 zu 1 und danach ja hat jetzt auch keine Weltchancen mehr ne Gladbach aber auch nicht und dann halt die Szene am Ende wo wahrscheinlich gerade äh nachher gleich die die meisten Tweets kommen werden die ich rausgesucht habe zum Spiel ja ich weiß nicht also das ist ganz einfach kein Elfmeter den du als Fußballfan haben willst aber das große aber es ist ein Elfmeter und ein Handspiel das nach aktueller Auslegung und nach Erfahrungswerten schon extrem häufig gepfiffen wurde deswegen hättest du das Ding da auch problemlos pfeifen können es ist wie gesagt kein herkömmlicher Elfmeter den man so haben will aber man hätte es problemlos pfeifen können und auch das Hauptproblem war hat man ja gesehen dann ähm oder hat man auch gesehen bei Paderborn in Dortmund wo sich dann der Baumgart danach in einem sensationellen Interview aufgeregt hat war ähnlicher Fall wie hier die Szene wurde einfach nicht mit genügend Anstand und nicht mit genügend Genauigkeit überprüft diese Szene war nach 5 Sekunden war sie durch du hast eine Wiederholung gesehen im Fernsehen das war's du hast gefühlt nichts gesehen von dieser Szene wenn du später auf die Bilder schaust dann fragst du dich echt warum der sich nicht mal das angeschaut hat dann hat man weiterspielen lassen dann war direkt danach gefühlt ja Abpfiff da wurde einfach die Szene wurde einfach gefühlt geskippt die wurde einfach geskippt so nee kein Bock nochmal auf Diskussionen das hatten wir ja schon im Ligaspiel vor ein paar Wochen mit dem 2-2 mit dem Elfmeter und Kalajcic der Szene kein Bock nochmal auf sowas äh lass nochmal bleiben so tschüss weiter geht's weiter spielen mit Pfeifen hier ab so kam das halt rüber also am Ende des Tages wär's wieder ein gerechtes Unentschieden gewesen heißt für uns eine gerechte ein gerechtes Unentschieden gewesen in Richtung Verlängerung meine ich damit ist nicht passiert wir haben weiterhin jedes Pokalspiel das wir gegen Gladbach bestritten haben bisher verloren aber trotzdem Leistung her war das wieder komplett ordentlich wie gesagt im Ligaspiel war wir nochmal besser und die Frage kann man natürlich auch dann wieder aufstellen wir haben auch schon wieder von von unserer Champions League und sowas labert ob man dann nicht da vielleicht auch den besten Kader reinstellt und dann halt preto in dem Fall nicht aufstellt aber es ist alles hätte hätte Fahrradkette so dann kommen wir zu den Tweets zum Spiel alles unter 50 Millionen bei Silas darf man nicht eingehen macht bitte nicht nicht die gleichen Fehler wie die letzten 10 bis 15 Jahre bin ich voll dabei dann hier kann schon der Blog die Facebook Seite haben wir nochmal die Szene es rutscht halt geht dann der Ball hinten runter und dann klatscht ihm Leiner voll gegen die Hand die auch ein bisschen weg ist vom Körper wie gesagt das war für mich ist auch bei Handschuhen immer die große Frage von geht der Spieler aktiv mit der Hand zum Ball oder geht der Ball zum Spieler ohne dass er was machen kann und hier geht er wieder zum Spieler ohne dass er was machen kann deswegen wie gesagt kein Evert den ich haben will aber wenn man sieht das gepfiffen wurde schon alles kann man den problemlos pfeifen dann habe ich wieder das Problem von keiner klaren Linie und auch keine Ahnung das ist ja eine absolut spielentscheidende Szene und sie wurde sich einfach nicht angeschaut da ist wieder von vorne bis hinten keine klare Linie in diesem in unserem Schiedsrichter-System in unseren Regelungen in unserem VAR und so weiter und so fort generell hat sich der VAR in diesen zwei Pokalabenden so dermaßen lächerlich gemacht das ist ja der Wahnsinn du hattest die Szene das Haaland-Abseits-Tor bei Paderborn du hattest bei Schalke den strittigen Elfer und danach auch ein paar Entscheidungen wo du auch wieder auf Elfer für Schalke glaube ich entscheiden hättest können bei uns hattest du diese Szene du hattest bei Köln dieses 3-1 war es von Köln was du auch wahnsinnig zurückgenommen hast also unfassbar hat sich in den zwei Tagen wirklich komplett blank lächerlich gemacht der Videobeweis und dann hier auch schön 16er-Spieltag wirkes DFB-Pokal einmal Gladbach gegen den VAR und einmal wir gegen den VAR dann hier Rolf Fuhrmann hallo hallo wann zeigt die ARD endlich mal die Handszene geht es noch das ist genau das kam nichts das ist unfassbar kam gar nichts dann hier wenn es doch nur ein Videoschiedsrichter oh also hier nochmal die Szene auch im Video wo man das nochmal sieht was man da hätte pfeifen können dann hier auch schön was wirklich beeindruckt wie diese blutjunge Truppe einfach immer an sich glaubt Meter macht und dem Champions League Achtelfinalisten erneut einen großen Fight liefert stark das ist auch schön und dann was auch ja viele gesagt haben ach so schade die Bayern raus jetzt auch Köln rausgeflogen viele Bundesligisten raus Dortmund schwächelt und so weiter das wäre die große Chance auf mal einen langen langen Pokalweg aber wie es hier jemand schreibt viele Anderdogs im Viertelfinale Pokalfinale am Ende trotzdem Leipzig gegen Wolfsburg und darauf würde ich auch gefühlt Geld setzen dass das trotzdem zwischen Leipzig Dortmund und Wolfsburg am Ende ausgemacht wird und halt Gladbach vielleicht noch also ich denke Pokal hätte es so oder so nicht gewonnen aber weitergekommen wäre trotzdem schön gewesen dann auch cool KfW genehmigt Kreditantrag des VfB bei 25 Millionen ähnlich wie wie es die Schalker haben mit ihrem mit ihrer Bürgschaft da haben wir jetzt auch bis zu 25 Millionen die wir abrufen können und dann irgendwie glaube ich innerhalb von 5 Millionen 5 Millionen innerhalb von 5 Jahren irgendwie wieder zurückzahlen müssen irgendwie so was natürlich dann auch wieder doof ist naja die haben wir auch schön hier zusammengefasst der VfB könnte damit ab sofort auf eine Kreditsumme von bis zu 25 Millionen Euro zurückgreifen ähm und dann halt das nächste Bild Datenaffäre droht im VfB bis zu 20 Millionen Euro dann ist das geile Meme von Simpsons es ist nee Simpsons glaube ich davon ist das South Park wahrscheinlich South Park ne and it's gone so geil können sie wirklich direkt diesen KfW Kredit in das Bußgeld wahrscheinlich reinzahlen so wie es aussieht dann hier auch krass wie gesagt es gibt hier ne Wende ist jetzt nicht aber es gibt hier schon Wende um Wende um Wende ähm Verdacht des Geheimnisverrats Vogt schaltet Staatsanwalt ein ähm weil er eben wahrscheinlich weiter ins Gefühl hat dass da oben nichts dafür getan wird dass das alles genau aufgeklärt wird ähm und dass halt da oben Leute ihren Arsch retten wollen und das dem möchte er entgegen gehen auch mit der Aktion hier ähm Staatsanwaltschaft ähm ja wegen Verdacht des Geheimnisverrats das ist einfach wild was hier passiert dann aber auch schöner Tweet dazu ähm seltener Menschen gesehen der derart gnadenlos auch gegen sich selbst seinen Auftrag erfüllt er wird nicht frei von Fehlern sein und auch nicht frei von Schuld an dem Zerwürfnis aber meine Hochachtung vor unseren vor unserem Präsidenten könnte nicht größer sein es ist ein sehr schöner Tweet wie ich finde ähm dann heute am Freitag wurde die nächste Bombe getroppt es ist ein Spiegel Plus Artikel ähm der aber von jemandem auf Facebook gepostet wurde quasi kopiert wurde und auf Facebook gepostet wurde auf der Frage ob man sowas ja ob sowas okay ist aber gut dass es halt dann wieder lesen kann könnt euch selber auch durchlesen ähm ist auf jeden Fall sehr sehr lesenswert weil da ist man wieder eine absolute Bombe getroppt worden ähm hier gibt es zum Glück ein paar Leute auf Twitter die die wichtigsten Stellen quasi rausgenommen haben also kann ich mal die drei mit so die drei wichtigsten Punkte ähm angehen hier Ezekon bemängelt in dem streng vertraulichen Papier das jetzt halt das jetzt halt rausgekommen ist ne das denen vorliegt auf das es sich bezieht und äh äh was quasi deren Beleg ist dass ähm die Präsidiumsmitglieder wie gesagt ich lese jetzt hier von dem Spiegelartikel vor äh die Präsidiumsmitglieder Bernd Geiser und Rainer Mutschler Zitat zahlreiche Versuche unternommen hätten Ezekons Mandat zu beschneiden sie hätten damit Zitat erhebliche Verzögerungen des Untersuchungsablaufs verursacht nächster Punkt der AG-Vorstand sowie das Vereinspräsidium ähm nachhaltig Einfluss auf die Untersuchungen genommen hätten unter den zahlreichen Beispielen die Ezekon auflistet finden sich E-Mails in denen Hitzesberger VfB-Mitarbeiter darüber informierte dass sie sich der Befragung durch die Ermittler verweigern könnten und noch ein dritter Punkt eine unabhängige Aufarbeitung beim VfB nicht gewährleistet gewesen sein denn in den Vereinsgremien säßen Personen die Zitat direkt mit den zu untersuchenden Vorgängen in Verbindung stehen daher seien Zitat Glaubwürdigkeit und Verwertbarkeit der Untersuchungsergebnisse eingeschränkt das ist einfach wirklich harter Tobak das ist einfach harter Tobak was auch dazu kam kamen einfach neue Geschichten von irgendeiner Manipulation in der Wahlabstimmung in Sachen Ausgliederung was ja auch so das Hauptding von der Datenaffäre war Mitglieder dazu zu bringen dass sie für die Ausgliederung stimmen und da gab es jetzt auch so Geschichten ähm von wegen irgendwelchen Augenzeugen sind es erstmal nur Vermutungen das Zeug vom Ezekon-Bericht und sowas scheint ja belegt zu sein vom Spiegel ähm weil es ja irgendwie rausgekommen ist aus dem Verein ähm aber das sind jetzt eher so Vermutungen aber scheinbar gab es da auch Geschichten in die Richtung von äh Abstimmung und sowas vor allem in den Ecken von Leuten die eher vereinskritisch sind äh haben irgendwie nicht funktioniert in dieser Abstimmung rund um die ähm Ausgliederung dann hier hat auch immer einer geschrieben sehe ich das richtig der VfB deckt deshalb seine Mitarbeiter im Datenskandal weil die ausplappern könnten dass die Ausgliederungsabstimmung hätte wiederholt werden müssen das ist natürlich auch eine gewagte Frage quasi aber na kommt aus dem Spiegeltext auch so ein bisschen raus sehe ich es schon kommen Zwangsabstieg für den VfB und dadurch bleibt Schalke über die Relegation in der Bundesliga auch ganz wilde Prognose dann kommen wir jetzt aber ein bisschen mehr wie gesagt lese ich euch das alles sehr sehr gerne durch und auch sehr ruhig durch und guckt da wirklich alle Seiten an die ihr finden könnt und euch da gescheitene Meinungen bilden zu können ähm kommen wir mal mehr zum lieber kurzen Spiel hier zum Schluss noch von dem Podcast wenn du als Trainer Bock hast Twitter mit zwei Sätzen in Flammen aufgehen zu lassen wie Maderatze auf der PK gesagt Philipp Förster hat nach seiner Einwechslung gute und effektive Laufwege gehabt und auch gute Optionen nach vorne er ist sehr Laufstab ein guter Pressingspieler er hat sich wirklich nicht schlecht geschlagen ich fand ihn ehrlich okay nach der Einwechslung gegen Gladbach aber natürlich wir haben ja auch unser Philipp Förster Goat Meme am Start also ist schon so ein kleines Meme geworden auch im Verein und dann geht es gegen Bayer Leverkusen Samstag 15.30 Stream natürlich auch am Start die Stream Ankündigung ist ja auch schon online bevor dieser Podcast online geht Leverkusen sind Fünfter rutschen aber immer weiter ab wir sind Zehnter wie viele Punkte trennen uns denn hier ähm sieben ja sieben Punkte trennen uns äh wir sind ja weiterhin mit Auswärtstabelle und so weiter sind wir auf Platz 2 der Auswärtstabelle Leverkusen ist auf Platz 9 der Heimtabelle ja also auch nicht so stark muss man sagen ähm und generell auf der Leverkusen gerade nicht so wirklich also die hatten den Sieg gegen BVB 2 zu 1 Heimsieg nach haben sie gegen Wolfsburg verloren gegen Leipzig verloren und äh im Pokal sind sie rausgeflogen gegen Essen ich meine klar das sind nochmal andere Hausnummern ne äh davor haben sie bei Union verloren äh bevor sie Dortmund besiegt haben keine Ahnung die haben nicht so eine krass gute Phase wenn wir so generell mal gucken die letzten Spiele Bayern verloren Frankfurt verloren das sind halt auch alles auch wirklich gute Mannschaften ne Bremen unschieden zu Hause nur dann Frankfurt besiegt äh dann ähm dann raus oder es müsste ein Pokal gewesen sein oder ist relativ sicher ja dann Union verloren Dortmund gewonnen dann Leverkusen Leipzig dann auch beides dicke Fische beides 1-0 verloren und dann im Pokal gegen Essen rausgeflogen also es läuft nicht wirklich gut für Leverkusen so gefühlt seitdem sie da in Richtung Herbstmeisterschaft geträumt hatten ähm vor der mini 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 Winterpause äh läuft es bei denen mal absolut nicht mehr überhaupt nicht mehr ähm statistisch sind wir auch in Leverkusen ja ist nicht so ganz unser Ding Leverkusen auswärts wenn man da statistisch mal drauf guckt klar wir haben jetzt mal mal wieder gewonnen gehabt ähm 2018 ähm im äh in unserer kranken Korgutrückrunde das war glaube ich auch so ein Spiel was wir halt so frech gewonnen haben ne wir hätten das so verlieren müssen eigentlich ja wir haben jetzt ganz frech gewonnen mit 1-0 aber davor hat das glaube ich eine Weile gedauert dass wir damals gewonnen hatten in Leverkusen verloren im Pokal letztes äh letztes Jahr dann verloren dann halt der eine Sieg dann verloren 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 Unentschieden verloren verloren und dann Auswärtssieg äh 2009 also Leverkusen ist an und für sich kein gutes Terrain für uns aber wer weiß wir sind Auswärtssiegsaison ja extrem stark ähm Leverkusen schwächelt gerade sehr vor allem auch zu Hause die sind ja auch eher Auswärtsstark als zu Hause diese Saison ist ja wirklich sehr ähnlich mein gut wir sind in der Heimtabelle noch beschissener dann sind wir auf Platz 14 der Heimtabelle Leverkusen immerhin auf Platz 9 aber wir sind halt auf Platz 2 der Auswärtsstabelle und Leverkusen auf Platz 3 beide 17 Punkte aus 10 Auswärtsspielen geholt ähm deswegen beides eher auswärtsstarke Teams deswegen würde ich auch immer sagen Prognose wie gesagt haut da gerne rein schreibt mir generell alles was euch zu diesem Podcast einfällt zum VfB einfällt aber halt vor allem die Prognosen und so und solche Geschichten ich werde da glaube ich auch mal eine Abstimmung machen ähm Community Abstimmung hat mir jemand im Stream vorgeschlagen gehabt gestern ähm Gaming Stream mache ich glaube echt mal Prognose quasi Sieg und Schienniederlage so nach dem Stil aber könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren noch so ein bisschen äh begründet schreiben was ihr glaubt was passiert ich tipp einfach mal optimistisch dass wir einen Punkt mitnehmen ein Sieg geht mir einen Ticken zu weit weil Leverkusen immer noch eine gute Mannschaft auch vom Kader her aber ich sag wir können da irgendwie einen Punkt mitnehmen ich sag wir machen es ähnlich wie im ersten Spiel also im Hinspiel wo wir 1-1 gespielt haben und spielen wieder 1-1 in Leverkusen irgendwie so und damit wäre ich raus für diesen Podcast für heute wir sehen uns ja morgen direkt schon wieder im Stream wenn ihr dabei seid und dann ja vielen Dank fürs Zuhören bei euch wie gesagt alle Quellen und so weiter sind am Start ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal